Hallo und willkommen zu den kleinen Sport- und Spieltipps von der Sportjugend Rheinland. Heute steht ein Zeitungsspiel auf dem Plan und dafür benötigt ihr einzig und allein eine Zeitung bzw. einen Teil einer Zeitung. Wir werden heute hieraus ein Flugzeug bauen. Ich werde euch heute eine ganz klassische Variante zeigen. Wir beginnen damit, dass wir uns eine Grundlinie falten, indem die Zeitung so ganz einfach einmal längst faltet. Den nächsten Schritt müsst ihr hier diese Seite, wie auch diese Seite, an die Grundlinie legen. So, wie auch hier. So, dass eine Spitze entsteht. Im nächsten Schritt im Prinzip dasselbe. Ihr müsst hier diese Seite, wie auch diese Seite, wieder an die Grundlinie legen. So, dass immer noch die Spitze gut zur Kenntnis. Im nächsten Schritt müsst ihr einfach hier diese zwei Seiten aneinander legen. Nun formen wir die Flügel, indem ihr diese zwei Seiten einfach voneinander weglegt. Die eine Seite. Hier auch die andere. Bei diesem Schritt muss hier diese Leiste entstehen, woran das Flugzeug festgehalten wird. Und fertig. Nun muss das Flugzeug natürlich auch fliegen gelassen werden. Hierbei könnt ihr auch gegen eure Geschwister oder gegen eure Eltern antreten, wer sein Flugzeug am weitesten fliegen lassen kann. Viel Spaß beim Nachmachen, seid kreativ und bis zum nächsten Mal.